Faisal Smutsides, Schwester Oti schießt gegen den Komiker Jetzt kommt es noch härter für Faisal Kawusi, 26. Aktuell schweben krasse Vorwürfe gegen den Komedian im Raum. In seinem Showprogramm, performt auf der 1 Live Köln Comedy Nacht XXL, soll der 26-jährige Motsi Mabuse, 36, offen beleidigt haben. Die konkrete Anschuldigung, der Ex-Lebsternte-Kandidat soll die Ausdrucksweise seiner ehemaligen Jurorin mit der eines Affen verglichen und das noch mit grunzenden Urwaldgeräuschen bekräftigt haben. Die Folge, die Show ist aus der WDR und 1 Live Mediathek entfernt worden. Damit ist die Sache aber noch nicht vom Tisch. Schwester Oti, 27, stellte sich jetzt via Instagram schützend vor ihr Resist, es macht mich wirklich wütend, Menschen mit rassistischen Witzen um sich schlagen zu sehen, alles im Namen der Comedy. Doppelpunkt, das ist nicht okay. Unter dem Beitrag zeigten daraufhin auch viele andere Mitglieder der Leads-Tanz-Familie ihr Erstaunen. Das ist keinなんseESE времени, ich trauebbe eure Erstaunen. Unter planners empres certa, Pech, das ist wichtig. Bis zum nächsten Mal.